Tier hat im letzten Jahr relativ schnell die zweite Generation seiner Scooter auf die Straßen gebracht. Und einen davon gucke ich mir jetzt an. So, ich habe mir jetzt ein Tier der zweiten Generation geschnappt. Und was mir direkt aufgefallen ist, wir haben uns ja auch den Tier der ersten Generation angeschaut. Die waren halt relativ abgerockt dafür, dass sie eigentlich eine kurze Zeit erst hier in Dortmund auf den Straßen waren. Die sind jetzt ein bisschen über den Monat hier unterwegs und dafür in einem echt guten Zustand. Der hat ein bisschen Dreck hier oben, ist wahrscheinlich einmal auch umgekippt, aber sei es drum. Was einem direkt auffällt ist, die Dinger sind stabiler gebaut, ein bisschen mächtiger. Ähnlich wie die Circs der zweiten Generation, die habe ich mir ja auch bereits angeschaut. Ich möchte auch kein Vergleichsvideo jetzt hier raus machen, aber ein paar Vergleichen muss man einfach ziehen. Ähnlich wie beim Circs ist die Lenkstange dicker geworden, kräftiger. Ich glaube, gefühlt nicht ganz so dick und stark wie beim Circs, aber beim Circs ist sie eckig. Vielleicht macht es einfach einen anderen Eindruck. Das Trittbrett ähnlich, ist ein bisschen breiter geworden, macht einen stabileren Eindruck. Und ich bin die auch schon relativ häufig gefahren hier in Dortmund. Und das ist eigentlich mein Lieblingsscooter gewesen, bis ich jetzt den neuen Circs gefahren habe, der mir noch besser gefällt. Weil er fährt sich halt einfach auch stabiler. Und auch auf dem Trittbrett hat man einen guten Halt. Ich habe gerade auch, als ich ihn geholt habe, mir die Mütze gerichtet und bin einhändig gefahren. Sollte man nicht machen, aber hat auch gut geklappt. Kann ich zum Beispiel auf einem Leim gar nicht machen. Der ist hier halt viel zu wobbelig, sag ich mal. Wenn wir aber schon mal da unten sind beim Trittbrett. Ein Feature, was die jetzt auch haben, ist, da drunter ist der Akku und der Akku ist austauschbar. Das ist super, super für die Umwelt. Jetzt für mich als Endnutzer erstmal nicht direkt. Aber eine gute Sache, also Tier muss nicht mehr die Dinger einsammeln, irgendwo laden, sondern sie fahren einfach rum, hoffentlich auch mit einem Lastenrad oder irgendwas ökologisch Sinnvollem und tauschen einfach die Akkus dann aus und stellen die Dinger nochmal vernünftig auf. Hinter dem Trittbrett haben wir das hintere Schutzblech. Das ist auch sehr stabil. Nicht ganz so stabil wie der Cirque. Da ist das halt auch noch großflächig um den Reifen rum. Aber wenn man drauf tritt, das hält auch schon ein bisschen was aus. Wenn wir gleich da unten sind, die Reifen sehen erstmal ähnlich aus. Sehen ein bisschen, dadurch, dass sie so schwarzes Plastikmetall haben, nicht so fancy aus wie beim Cirque. Da sind die so ein bisschen chrom. Aber wie gesagt, man kann nichts dagegen sagen, die fahren super, super Straßenlage. Gehen wir aber mal hier oben zum Lenker. Wir haben immer noch ein Display, das zeigt den Akku an und die Geschwindigkeit. Darüber haben wir den QR-Code, wenn man das Teil scannt. Dann haben wir immer noch zwei Handbremsen, finde ich ja immer gut. Rechts den Gashebel, solide gut verarbeitet, kann man einfach nutzen. Links eine Drehklingel, bin ich ja immer noch kein Fan von, muss man sich einfach dran gewöhnen, sag ich mal. Wenn man hier vorne guckt, die Lampe, die ist auch in einem festen Winkel verbaut. Natürlich hier ein Reflektor, einfach das Übliche, was man haben muss. Was aber neu ist, ist eine Handyhalterung, die gleichzeitig auch laden kann. Die alten Tears hatten da gar nichts, die alten Circs hatten ja eine Handyhalterung oben und einen USB-Port, wo man halt sein Kabel dran stecken konnte und dann konnte man während der Fahrt laden und es als Navi nutzen. Das kann man jetzt hier auch machen, wenn man halt ein modernes Handy hat, was kabelloses Laden unterstützt, die Key-Technologie. Dann ist hier das Ladepad gleichzeitig eine Halterung, es ist quer. Da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen halt, gerade bei der Navigation ist das nicht so supergeil, aber funktioniert auch. Am Anfang hatte ich erst Angst, dass das Ding eventuell auch mal beim Bremsen da rausrutscht, aber es ist relativ stabil. Mir ist nichts passiert, aber ich will es nicht ausschließen, dass so ein Handy auch mal segelt, wenn man wirklich ordentlich sich auch mal lang macht eventuell oder hart abbremst. Die Lenkstange habe ich ja schon angesprochen, aber wenn wir mal runter gehen an die Lenkstange, dann haben wir ja hier unten entsprechend die Federung. Relativ solide, kannst du nichts gegen sagen. Ich habe ja schon gerade gesagt, war bisher mein Lieblings-Scooter und ist immer noch meine Top 2, auf jeden Fall. Ganz neu ist halt auch der Ständer. Der Ständer ist nicht mehr auf einer Seite wie so ein klassischer Fahrradständer, sondern eher so wie ich ihn zum Beispiel kenne von meiner Vespa. Also, dass man den so aufbockt und dann sind vorne links und rechts zwei Füße. Ist super, der steht stabiler, kippt dann wahrscheinlich auch so nicht mehr einfach um, wenn auch mal stärkerer Wind ist. Nachts ist er ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man sich nicht daran gewöhnt hat. Ich bin mal mit einem Tier spät nach Hause gefahren, wollte das Ding hinstellen und habe den Ständer einfach nicht rausbekommen. Dann habe ich ihn angelehnt. Konnte ich halt nichts machen, aber ansonsten finde ich es eine gute Idee, den zu haben. Ja, und das würde ich mal sagen zu den äußerlichen Features. Ich fahre jetzt nochmal eine Runde und gebe dann nochmal mein Fazit ab. Aber das wird sich, glaube ich, nicht so viel ändern, weil ich ja schon sehr zufrieden bin. So, wie ich bereits gesagt habe, Das ist einer meiner favorisierten Scooter. Der fährt sich halt echt enorm gut. Gute Lage. Hier hat es richtig gut Spaß gemacht, weil der Boden auch schön war. Die Reifen greifen gut. Beim Bremsen slice man auch, wenn man Spaß daran hat. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich fahre den Tier sehr gerne. Bei der App, da hat sich nicht so viel getan. Man hat immer noch keine Übersicht über die einzelnen Fahrten. Also da ist echt Nachholungsbedarf. Aber mittlerweile gibt es bevorzugte Parkzonen. Leider nicht in Dortmund. Aber wenn man dort in so einer bevorzugten Parkzone parkt, dann bekommt man drei Minuten von Tier. Das finde ich eine schöne Sache. Der Fahrer, der hat was davon. Der hat Spaß, kann auch ein bisschen fahren. Und Tier und die Stadt hat auch was davon, dass die Dinger nicht einfach kreuz und quer stehen, sondern vernünftig in bestimmten Parkzonen entsprechend abgestellt werden. Also ich fahre auf jeden Fall weiter dem Tier. Natürlich auch den Zirk. Und danke fürs Zuschauen.